Mit diesem Outfit sieht Herzogin Camilla alle Blicke auf sich. Doch damit sind leider nicht nur bewundernde Blicke gemeint. In ihrem mintgrünen Kleid mit passendem Hut erinnert die 68-Jährige den ein oder anderen vielleicht eher an einen Mintzbonbon als ein Mitglied der royalen Familie. Am 70. wie Jaday in London steigt Camilla gemeinsam mit Gattenprinz Charles aus dem Wagen und fällt mit ihrem interessanten Outfit direkt ins Auge. Nicht zuletzt, da die anderen Anwesen eher in gedeckten Farben wie Schwarz und Hellbraun auftreten. So trägt Ehemann Charles zu diesem Anlass eine beige Uniform. Während die Blicke aus dem Hintergrund allesamt auf sie gerichtet sind, zeigt sich die Herzogin gut gelaunt und tritt ziemlich selbstbewusst auf. Auch im Anschluss meistert der Royal das gemeinsame Singen bravourös und der offizielle Auftritt verläuft im Allgemeinen eher unspektakulär. Eben bis auf dieses Outfit. Ob das nun ein echtes Fashion-Highlight oder eher ein royaler Fauxpas war, sei dahingestellt. In Erinnerung bleibt dieses Kleid allemal.